Das ist ein großer Star aus Hessen, das ist ein Pämpel. Ich weiß nicht, wie heißt er denn in Frankreich? Dankeschön. Ja, das ist aber schön. Also das habe ich... Wollen Sie, fragen Sie, ob Sie noch ein Pämpel will. Ich demand Sie, wenn Sie noch einmal noch ein Pämpel haben wollen, weil ich glaube, dass Sie noch ein Pämpel haben wollen. Ja, bitte schön. Ja, kann ich noch ein Pämpel haben, bitte? Bitte, Frau Wirtin, bitte noch ein Pämpel. Und ich habe dann auch noch eine Überraschung, wenn Sie bitte noch ein Pämpel mitbringen, die Gelegenheit lasse ich ja nie aus. Also sowas kriege ich ja nicht wieder. Und das vor Weihnachten. Frau Wirtin, ein Pämpel. Ja, bitte, das ist aber schön. Oh, danke schön, meine Frau Wirtin. Bitte sehr, jetzt noch ein Pämpel. Haben wir noch zehn Pämpel da? Nein, 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 das war nicht aufgebracht. Ich will nur sagen...